Wem nützt es? Was bringt es? Was steht überhaupt drin? Und wo haben wir Probleme? Fragen über Fragen, die die verschiedenen Freihandelsabkommen in den Augen der Juristen in keiner Weise beantworten. Sei es das Abkommen mit den USA, TTIP, oder das der EU mit Kanada, CETA. Dolplöck-Melin fehlt es bei den sogenannten Abkommen, die ihrer Meinung nach aus juristischer Sicht überhaupt keine Abkommen, sprich Verträge sind, eindeutig an Transparenz. Das Spannende ist ja, dass wir unter Transparenz verstehen, dass eine Norm, die gelten soll, öffentlich gemacht wird, dass diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür interessieren, dass die sie lesen können, beurteilen können und auch kommentieren können, also sagen können, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Bei CETA werde Transparenz dagegen anders verstanden. Laut Dolplöck-Melin heiße es dort, wenn eine öffentliche Institution eine Norm machen wolle, dann müsse sie das rechtzeitig vorher Bürokraten, ihren Partnern und den Lobbyisten bekannt geben. Diese würden die Norm dann kommentieren und beeinflussen. Das ist ein Begriff von Transparenz, das ganz deutlich den Weg hindeutet, den dieses Abkommen geht, nämlich die demokratische Fassade zu lassen, aber im Grunde genommen die Entscheidung so vorzuprägen, dass da das Wahlvolk, auch wenn es den Bundestag oder das Europäische Parlament wählen kann, eigentlich nichts zum Sagen hat. Auch kritisierte die Juristin, dass die Bevölkerung absichtlich verwirrt würde. Es kursierten seit Wochen widersprüchliche Meldungen. Sie können nicht nachvollziehen, worauf sich die Befürworter von CETA und TTIP eigentlich beziehen würden. Die tun so, als gäbe es einen unglaublichen Ausbruch an Arbeitsplätzen und ein ungeheures Wachstum. Und wenn man danach fragt, wie kann das eigentlich sein, dann werden die Zahlen und die Behauptungen und die Annahmen immer kleiner. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren erlebt. Übrig geblieben sind insgesamt ein Zuwachs an Arbeitsplätzen von 150.000 in 10 Jahren. Aber nicht etwa für Baden-Württemberg oder für Deutschland, sondern für die gesamte EU. Von den wegfallenden Arbeitsplätzen sei dagegen gar keine Rede. Negativ aufstoßen würde ja auch der Wegfall von Standards, sollte es zu einem Freihandelsabkommen mit den USA kommen. Auch verstehe Hertha Dolblok-Melin nicht, warum die privaten internationalen Schiedsgerichte mit Inkrafttreten des Abkommens ausgebaut werden sollten. Sie betonte, dass sie nicht grundsätzlich gegen Freihandelsabkommen sei. Ihrer Meinung nach müssten diese aber nachweisen, was darin stehe.